Oh, hab ich eigentlich dran gedacht. Ja, den hab ich ausgebaut. So, dann brauchen wir hier Straßen. Ein bisschen aus beiden Richtungen. So, da kommt Geld für uns. So, endlich haben wir die Insignie aus den Tunneln geborgen. Wir vertrauen darauf, dass ihr euch gut um sie kümmert. Ja, haben wir vor. Wir müssen sicherstellen, dass die Insignien unsere Stadt erreichen. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Ah, nee, halt. Du musst erst mal da rüber. Alles klar. Müssen wir uns Kühe kaufen. Zwei Herden. Oh, das ist dann zwar ziemlich weit weg vom Wasser. Weil, das ist die uns reizige Wasserquelle. Es gibt keine Möglichkeit, Brunnen zu bauen, was ein bisschen doof ist. So, zwei Kuhherden. So, an Unterhaltung kann es euch kaum mangeln. So viel Met und alles, wie wir haben. Kleidung ist halt ein bisschen wenig, aber... Wir haben ein Territorium eingenommen. Können wir jetzt auch nicht so viel dran ändern. So. Einmal Milch. Und unsere Kühe sind ja schon fast da. Gut. Da kommt unseren Insignienkarren. Den können wir jetzt eigentlich schon... Ihren Befehl. Ein. Loslassen. So, die Kirche ausbauen. Wie gesagt, mal gucken, wie es den Garzellen gefällt, dass wir hier... ...hier... ...Grünfläche hin bestarkgenommen haben. Jawohl. Schon unterwegs. Haltet die Augen offen. So, dann geht's mal ab zum letzten Ausgrabungstätte, würde ich sagen. Ja, außer vor ihrem Team. Deswegen beschützen wir ja unsere Eingangsbereiche. Ja, komm, errichten wir einfach hier einen Jäger. Wenn, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht so weit entfernen. Hoffe ich jedenfalls mal. So, ihr habt hier eine Palisade gehabt, ja. Jawohl. Crimson Sabbat zwingt uns dazu, nach dieser Insignie zu suchen. Sie ist unwürdig, dieses Symbol der Macht zu besitzen. Wenn ihr uns vor Crimson Sabbat und ihren Truppen schützt, bis wir die Insignie finden, dann händigen wir sie gern an euch aus. Ach, eine Stunde müssen wir warten. Okay. Dass das so lange gedauert hat, habe ich gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Das hat mir wirklich die Burg nochmal ausgebaut, dass wir mehr Soldaten haben. Ja, was ich leider nicht machen kann, ist ein Bewachenbefehl geben. Sollte mal das Risiko eingehen und die beiden auch haben. Ein Sieb wurde entdeckt. Bei der Dieb kommt ja komischerweise immer hier rein. Ja, während ich Geld zusammenkratze. Das wären jetzt 150, 180, was ich rauskriegen würde. So, dann kann ich nämlich hier noch eine Gerberei errichten. Und könnte ich hier oben hier eine Käserei errichten. Was gibt das, wenn es fertig ist? Auf die Mauern, Männer! Sofort! 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 Das ist ja eben Zeit. Sofort! Das ist jetzt echt nicht gut. verstand unsere truppen werden angegriffen auf euren befehl alles klar ganz wie ihr gewünscht befehl verstanden sofort jawohl jawohl all euer flitterkram gehört dem roten prinzen ich nehme ihnen seinem namen in besitz her damit sofort alles klar so jetzt müssen wir das wieder verteidigen ihr wünscht was sagt in unserer armee so ich könnte schwerkämpfer vertragen stört los in den kampf auf euren befehl also ein trupp hier lassen ja ja wohl das gebieter wieder ein leben meine armen schäfchen der hat sich auf die jetzt nicht meine schafe einfallen bleibt ja jetzt brauche ich geld ein karen wurde ausgesandt alles klar verstanden schon unterwegs so nicht weiß ich genau wo welches gebäude hinkommt aber dass die straßen verschwinden das ist richtig scheiße so fort in den kampf schon unterwegs jawohl wie ihr wünscht wie ihr wünscht ich hätte einfach große lust gehabt bevor ich das ding entdeckt habe hier einfach eine bauer hinzubauen dann wären sie gar nicht rausgekommen wäre vielleicht schlauer gewesen wie ihr wünscht ja komm bringt das geld für die von der sekte von der kollekte alles klar ja danke schön wie ihr wünscht jawohl befehl verstanden auf euren befehlen jawohl auf euren befehlen schon unterwegs ist auch ständig mal so auf so sehen wir alles nämlich ich werde auch gerade etwas verkaufen außer unser eisen dass wir doch bräuchten müssen nämlich die burg ausbauen und das teig wird eigentlich auch ausgebaut wenn es so gefährdet ist jetzt erst mal hier wieder den schäfer hin mit seinen beiden schafs weiden die ich nicht mehr hinkriege oder was so Ein Dieb wurde entdeckt. Äh, warum schießt ihr nicht auf den? Warum rennt ihr ihm hinterher? Danke. Wie ihr wünscht.